Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele, schauen wir heute wieder rein für dich in die, ja nicht nur Energie des Tages, sondern in eine wichtige Botschaft für deine Seele. Und die Tageskarte sind heute die Sensen. Bei den Sensen brauchen wir immer mal eine Zusatzkarte, die uns ein bisschen mitgibt, was heute entweder geerntet werden kann oder wo ein bisschen die Wut oder die Aggressivität durchkommt. Und da haben wir Such a Curious Dream, grounding, returning to reality. Also hier scheint es so, als wenn du dich an der Spindel, ja von Schneewittchen, nee das war ein anderes Märchen, aber dass du dich an irgendetwas stichst, was nicht gut tut. Und dass du heute auch mit Menschen konfrontiert werden wirst, die vielleicht so ein bisschen Aggressionspotenzial in sich tragen, aber das ist ein Mehrwert für dich, weil da deine Ernte dann kommen kann. Du kannst dann endlich auch mal ein Thema abschließen, weil du gewisse Handlungsweisen verstehst, weil du gewisse Muster auch erkennst und du kommst endlich zur Realität, ja. Du siehst endlich die Demaskierung, ja. Menschen können dir nichts mehr vorgaukeln, jemand zu sein, der sie nicht sind. Und da sehen wir hier schon einen ganz, ganz großen Fortschritt, einen ganz, ganz großen Mehrwert für dich, gerade in deiner Art der Finanzen. Wir haben hier aber auch deine Familie in der Stellung für eine neue Sichtweise. Da werden heute auch wichtige Telefonate, Gespräche oder auch WhatsApp-Verläufe stattfinden. Und das ist natürlich dann immer was sehr, sehr Spannendes, gerade mit dem Hintergrund, den du hier durchlebst, möchte ich schon sagen. Es ist nämlich wichtig, dass du genau in dieser Situation jetzt dann auch weißt, zu wem du halten kannst und wer zu dir hält. Also es geht auch ganz stark um die Frage der Loyalität, ja. Gerade sage ich, es fällt auch schon der liebe Hund. Es ist eine große Frage der Loyalität, aber es ist auch eine Frage, die heute geklärt werden muss, die sehr lange aufgeschoben worden ist. Also wenn du das eine oder andere Thema hast, was du lange verdrängen wolltest, aufgrund von aktuellen Umständen, dann ist jetzt aber die Zeit, dass es nicht mehr zu vermeiden ist, ja. Ist aber ein guter Effekt, weil Klärung aufkommt. Somit kommst du aus deinem Stillstand raus, du kannst deinen eigenen Fortschritt gewähren. Auch das familiäre wird dann wieder besser geschützt werden. Du hast nicht mehr das Gefühl, dass du einfach aufgeschmissen wirst oder dass man dich einfach nur ausnutzt. Du merkst auch, dass hier ein ganz, ganz großes Thema von deinem inneren Kind passé sein wird, ja. Und da habe ich natürlich für dich etwas ganz Wichtiges. Wir haben im Oktober ein inneres Kind-Highlight. Wenn du dort informiert werden willst, klick dich rein, melde dich an für die Infos. Heißt ja nicht, dass du buchen musst, aber ich sage dir, es lohnt sich auf jeden Fall. Dein inneres Kind hier, man wird schon sehen, dass da auch die große Art und Weise sich heute präsentiert, nicht nur, dass Entscheidungen drin liegen, sondern dass du deine Vergangenheit mit deinem Ist-Zustand mal gegenüberstellst und dir selbst ein Bild machst, in welchen Bereichen du zufrieden bist und in welchen nicht. Deswegen wird sich der Stillstand hier automatisch auflösen, weil du bist ja im Realitätskonflikt. Du beginnst ja jetzt, die Augen aufzumachen. Ja, heutzutage benutzt man ja auch sehr gerne das Wort erwachen. Du erwachst also und kannst daraus schon spüren, dass einiges, was noch nicht aufgearbeitet war, jetzt einfach, dass da die Glocken klingeln. Ja, dass du sagst, hey, wieso habe ich das nicht früher gesehen? Und vor allem die Liebe haben wir hier heute prägnant in der verletzenden Emotionswelt. Also wenn du dich gerade unwohl fühlst in deiner Beziehung, dann wird das hier mal aufgearbeitet oder du verarbeitest eine Ex-Beziehung. Wir haben hier deinen Körper in der Regeneration. Du bist hier zu verschlossen und nutest dir zu viel zu. Ruhe und Unterstützung wäre hier mal angebracht. Aber wir haben hier auch die Positivität des Geschäftes. Also alles, was du heute und die nächsten 24 Stunden in die Hand nimmst, einem Geschäften, sei es jetzt, ob du investierst oder ob man in dich investiert, wird eine sehr, sehr gute Konstellation, wird hier auch eine sehr positive und starke, reinigende Kraft für dein Leben haben. Und reinigende Kraft bedeutet, dass du daraus noch stärker emporsteigst. So, im Herzen, bei deiner inneren Kindthematik sind wir sehr in der Vaterbasis gefangen. Hier also mal durchleuchten, was könnte für dich denn noch offen sein, da das Thema Geld im Emotionsfluss liegt, wahrscheinlich auch der Faktor Zeit. Wann hat jemand Zeit für mich? Was muss ich dafür leisten? Da natürlich noch ein bisschen tiefer für dich reingehen, dass du dir auch sagen kannst, hey, ich bin erwachsen, ich kann anders handeln. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil da sitzt ein großer Zweifel auf deinem Herzen, was aber noch viel stärker da liegt und nicht im inneren Kind, sondern einfach in deinem eigenen Prozess des Zweifelns, dass du dir einiges nicht zutraust und einfach handeln solltest, weil du schon merkst, Menschen kommen auf dich zu, Menschen sprechen dich darauf an, Menschen spüren deine Energie und dann solltest du auch in die Handlung gehen, weil wir haben da die doppelte Sense in der Loyalität. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen, beide zeigen in die gleiche Richtung, beide zeigen dir, hey, es wird Zeit jetzt anzufangen, mit was auch immer. Schwäche überwinden, da haben wir schon den ersten wundervollen Phönix liegen von der lieben Christine Arana-Fader. Ja, Schwäche überwinden ist natürlich in erster Linie gar nicht so einfach, wie man denkt, weil man muss ja sich diese Schwäche erstmal eingestehen. Und wenn du dir diese Schwäche eingestehst, dann weißt du auch, okay, daraus kommt ein Problem, diese Schwäche liegt hier in der Vaterthematik. Das heißt, du bist wahrscheinlich oftmals hinterhergerannt, auch wenn jemand dir nicht die Aufmerksamkeit geschenkt hat, die du dir gewünscht hast, wirst du noch weiter hinterhergerannt und hast dich hier in so einen Konflikt der Wiederholungsthematik begeben, dass man mit dir sehr viel machen konnte, dass man dich sehr gut vertrösten konnte und du deinen Missmut immer an den falschen Menschen ausgelassen hast. Ja, man sieht hier, die Klärung liegt immer im Zweifel. Die Verbindung muss auf die Themen bezogen werden, die Menschen, die dich auch triggern. Und deswegen ist es auch wichtig zu wissen, was triggert dich denn überhaupt? Denn wenn du nicht weißt, was dich triggert, dann kannst du es auch nicht lösen. Und deswegen ist innere Arbeit heute auch ganz wichtig. Deine Vitalität freut sich darüber. Und vor allem im familiären Bereich, also Vaterthema, inneres Kindthema, wie aber auch alles, was deine Familie betrifft, wird hier dadurch eine sehr schöne neue Blickwinkelsichtweise oder auch einen Ansatz von Sichtweisen generiert und kann dadurch natürlich auch sehr viel Veränderung aussenden. Und alles nur, weil man mal die Schwäche überwunden hat. So, hier haben wir die Einhörner oder die Magie der Einhörner von Diana Cooper und hier heißt es Schauer der Segnungen. Öffne dich, um sie zu empfangen, gib sie weiter. Na, wenn du dich jetzt also öffnest und deine Schwächen überwindest, dann bekommst du sofort schon eine Segnung. Und genau das ist eben diese Thematik. Du entscheidest dich dafür, nicht mehr in dem Unklaren zu sein, sondern wirklich für die Veränderung schon kommt hier auf Herzensebene familiär und auch extremer bezogen sehr viel Heilung rein. Deine Herzheilung kann den inneren Zweifel hier sehr, sehr gut überwinden. Und dadurch, dass du dich dann auch verbindest mit anderen Menschen, sei es in Form von man investiert in dich oder du investierst in jemanden, dadurch gibst du es dann auch wieder zurück oder ins Außen. Und das ist natürlich ein wundervoller Kreislauf, der der Schauer der Segnungen gleichkommt, weil du natürlich nicht nur empfängst, sondern auch gibst. Und das ist dir ja immer ganz wichtig, dass alles seine Richtigkeit und seine Gerechtigkeit hat. Jetzt gehst du in den wichtigen Ablauf, dass du nach vorne kommst, weil du für dich, ja, einen wichtigen, perfekten Plan generieren kannst. Nämlich der Plan für deine Zukunft und für deine Visionskraft, die heute auch pulsiert. Das heißt, du hast wundervolle Ideen, die sollst du auch in die Tat umsetzen. Du sollst nur nicht an, ja, Ängsten oder Sorgen zweifeln. Da hast du es nämlich wild und glücklich. Genauso soll das Leben sein. Natürlich auch mit einem Ruhepol. Wild und glücklich bist du aber gerade hier im Bereich Führung. Da bist du in einem sehr, sehr guten, ja, Mindset gerade. Du bist auch hier jetzt in der Positivität, dass du spürst, deine Themen werden Erfolg haben. Also der Zweifel überwindet sich im Tag schon. Das ist was ganz, ganz Gutes. Das zeigt auch, du hast dich da in Schwächen gestellt. Ja, das Einzige, was wild und glücklich noch ein bisschen im Weg steht, ist so diese Vision, die du auf Dauerhaftigkeit noch nicht generieren kannst. Also für dich sind kleine Schritte okay, große Schritte kannst du dir schon gar nicht mehr herleiten und an das ganz, ganz große Ziel kannst du noch nicht richtig glauben. Dabei liegt der Glaube hier schon in dir begraben und du musst ihn nur noch aufwecken. Das ist nämlich der Fortschritt, den du heute schaffst, wenn dein Herz es schafft zu handeln. Handle aus dem Herzen, handle für deinen Fortschritt. Die Veränderung geht nur in die Positivität, wenn du klärst, was dich emotional belastet. Und das ist ein großer Schritt, natürlich auch nie ein Schritt ohne Tränen. Rosé, goldener kosmischer Teich, bade in kosmischer Liebe, nimm Weisheit in dich auf. Ja, und diese kosmische Liebe hat natürlich damit was zu tun, dass du gleichgesinnte Menschen triffst, dass du Menschen triffst, die dir Unterstützung bieten, dass du Menschen triffst, die dir auch so Gutes tun im Leben allgemein, weil du in deiner Thematik häufig mal dich im Stich gelassen gefühlt hast. Das verändert sich jetzt aber. Das geht in einen kompletten Wandel und dieser Wandel, der geht natürlich auch im Bereich der Familiäre vonstatten. Also, wenn zum Beispiel Menschen dich belächelt haben für deinen spirituellen Weg, wird sich das jetzt verändern. Wenn du merkst, du wurdest belächelt von Arbeitskolleginnen oder Kollegen für deine Wünsche, wird sich das ändern. Und so weiter und so fort. Ich glaube, das Prinzip hast du verstanden und kannst demnach jetzt auch gut umsetzen. Wir schauen mal hier für die Eins und da für die Zwei noch einen zusätzlichen Impuls des Tages an. Und da sehen wir, wake up, it's your moment. Also, ganz klar, hey, wach auf. Es ist jetzt der Moment, deine Handlung erfordert dich. Du kannst jetzt vieles verändern, aber du kannst nur verändern, wenn du auch handelst. Und diese Handlung ist eben das, was in letzter Zeit gefehlt hat. Darum, geh in die Handlungen, tu dir selbst was Gutes. Und die Zwei, all must have prices, trying to please everyone. Also, du musst nicht jedem gefallen. Ja, hör auf, immer wieder zu versuchen, dass du es jedem recht machst. Das kann nicht sein. Alles hat seinen Preis. Ja, und wenn du jetzt mit deiner Freundin Tanja Zeit verbringst und die Freundin Petra deswegen sauer ist, dann ist es so. Aber was wäre denn, wenn du dich anders entscheidest? Du musst ja auch auf deine Bedürfnisse hören. Und deswegen ist deine Entscheidungskraft heute auch ganz stark gefragt. Wenn du mit uns zusammenarbeiten willst oder eine spirituelle Ausbildung bei uns machen möchtest, schau in die Videobeschreibung. Ich kann es dir nur empfehlen, denn die Plätze für 2025 schließen bald. Sie sind eh ausverkauft. So fast wie. Vier bis fünf Plätze sind noch da. Bei einer Ausbildung sogar nur zum Paarberatern nur noch zwei Plätze. Ja, ich wünsche dir damit viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.